Viele Coaches, Therapeuten, Trainer am Markt, die gehen so hin und überlegen ganz, ganz oft, hey, sag mal, was ist denn so der nächste Schritt für mich im Umsatz, in der Reichweite? Was kann ich vielleicht noch in Fortbildung machen? Bin ich denn schon gut genug? Und so weiter. Ich finde, dass das nicht so wichtig ist. Ich finde vor allem eine Sache ist wichtig, nämlich, dass wir auf den Menschen gucken, der zu uns kommt, also der Klient, der Kunde. Warum ist das so wichtig? Weil dazu sind wir da, dazu bist du berufen, deine Arbeit zu tun. Kann natürlich sein, dass du zu denen gehörst, die sagen so, hey, mir geht es um die Umsatzziele, dann ist das Video vielleicht nicht für dich. Aber wenn du vor allem in der Tiefe arbeiten möchtest, wenn du einen Impact in der Welt hinterlassen möchtest, wenn du, wenn der Sackdeckel zugehst, nochmal so durchblicken möchtest und sagen könntest, hey, das war das Leben, was genau für mich bestimmt war und ich habe alles dafür getan, das zu tun, damit das kollektive Bewusstsein sich weiterentwickelt, dann siehst du vielleicht genau aus dem Grund dieses Video. Ich bin Benjamin Kurz, Inhaber der Benjamin Kurz Academy. Ich bin Coach, Trainer und Ausbilder für aktive Persönlichkeitsentwicklung und ich möchte gar nicht so viel über mich erzählen, sondern vielleicht kannst du ein bisschen fühlen, wo ich herkomme und wo ich hin will. Ich möchte nämlich dahin, dass die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, sagen können, ich habe mich so krass in meine Vision verliebt, ich bin so dankbar für dieses Leben und was ich hier erschaffen kann. Und wenn du auch dazu gehörst, vielleicht sogar Coach oder Trainer bist, wenn du Therapeut bist oder auf dem Weg dahin bist oder wenn du dich einfach weiterentwickeln willst, dann ist das, was ich für dich habe, vielleicht genau richtig. Ich biete jetzt das, was ich in den letzten 25 Jahren Unternehmertum gelernt habe, in den letzten 10 bis 15 Jahren Energiearbeit und Coaching, Retreats, in Mentorships, die ich international gehalten habe, in Workshops und so weiter. Das alles habe ich in ein 6-Monats-Programm gepackt, in eine Ausbildung zum integralen Coach und das möchte ich dir gerne anbieten. Aber um nicht so viel hier zu reden, klick einfach mal hier, hier, hier oder da auf den Link und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bist du bereit für Veränderung? Bist du bereit für Transformationen? Dann geh diesen Schritt jetzt. Bist du bereit für Veränderung?